Hoppid miteinander, ich sitze hier gerade im Studio von Radio 32 mit einer wunderschönen Aussicht auf diesem wunderbar verbauten Bahnhof. Ich muss sagen, es ist wirklich das geilste Radio, das ich bis jetzt je war. Super schönes Haus, alt, gross und ja, es war ein Pläger geschenkt, dass ich hier sein durfte.